Hey, seht ihr das an, Jeff? Was hat der in Mexiko zu suchen? Ein ägyptischer Sarkofer? Nicht berühren, Jeff! Geht's dir gut? Ja, klaro. War gar keine große Sache. Du bist raus! Ein Fall für Ted Stones. Endlich wieder zu Hause. Mumie! Ted und Mumie sind am Start. Mit neuen Freunden. Ra! Amo! Ah! Ramona? Nein, da sind doch Pausen dazwischen. Und neuen Abenteuern. Sie sind ein tolles Team. Was hast du mit der Mona Lisa gemacht? Nur etwas korrigiert. Oh nein, was? Nervosität meldet mich immer so auf. Hey, was geht, Mumie-Fans? Jetzt hast du's geschafft. Die ärmerlichste Mumie, die ich je im Leben gesehen habe. Du bist verflucht! Diese Flüche bleiben für immer, wenn du sie nicht bald aufhebst. Ted Stones und die Suche nach der Smaragd-Tafel. Oh, wie cool ist das denn? Ab 25. August, nur im Kino.